Willkommen zum neuen Video, das neue Video, was jetzt hier bestimmt von einigen Leuten sehen ist, erwartet wurde, weil sie nicht wussten, was los ist. Oh mein Gott, was ist denn da passiert? Komische Bilder auf Instagram, komische Videos auf YouTube und dann plötzlich alles weg. Was ist denn da genau passiert? Das wusste natürlich keiner, bis auf ich und mein ganz spezial geheimer Masterplan, der natürlich nur mir bekannt war und tausend von meinen Freunden. Aber, nein, was genau ist denn passiert? Also, ich habe ja mal hier so ein komisches Video hochgeladen, so ein Video, was hey, slash Reboot, eins hieß Time for Changes. Auf YouTube, nee, auf Instagram kamen so komische Fotos, Time for Changes mit den Hashtags, was war da drauf? Hashtag Montag oder The End is Coming Closer, Hashtag The End is Coming Closer, Hashtag Montag, Hashtag HiNood, oh mein Gott. Und dann noch so ein komischer Schriftzug, oh mein Gott, was war denn da los? Ja, ganz einfach. Ich habe den Namen geändert. Ich wollte aus der kleidstmöglichen Aktion, die man machen kann, das größtmögliche Schauspiel rausholen. Also, vor allem, die Saison gemacht haben, Leute, kommt's runter, es ist nichts passiert, ich habe bloß meinen Namen geändert, und zwar von King Your Place in Xarox, wie ich ja eh schon so in ziemlich jedem Spiel heiße, außer in Minecraft. Und deswegen dachte ich mir, ja, wird mir wieder Zeit. Ich meine, YouTube habe ich jetzt seit, ich glaube, den Kanal habe ich seit vier Jahren. Und habe vor zwei Jahren schon mal den Namen geändert, von daher, nur in zwei Jahren dann wieder. Alle Jahre wieder, sage ich dann nur. Und ja, genau, neuer Name, neues Bild, neues Kanalbanner, neue Hashtags, ganz viele neue Sachen. Und zwar Hashtags unter anderem, gibt's nicht mal diesen Hashtag Crispy Tofu Crude, der wurde jetzt ersetzt in Hashtag Xarmi, also X-A, ne, Xarox, ne, und dann Armi, ne, ganz, ganz kreativ, ne, Wortspiel muss man sich mal kurz geben, ne, Xarmi. Also, ich bin sehr stolz drauf, dieses Wortspiel, das ist natürlich eine Geniemeisterleistung, also, da muss man erstmal aufkommen. Das ist natürlich schon, heieieiei, das ist schon sehr krass. Und dann nochmal lustiger Hinweis auf diesem einen Instagram-Post, wo dieses hellblaue Schriftzeichen irgendwas-Symbol drauf war, ne. Wenn man diese Buchstaben jetzt mal nimmt und dann einfach mal ein bisschen dreht und verschiebt und umkehrt, dann hat man den Namen schon vorher rausbekommen. Also, das ist quasi der Name, nur ein bisschen umgedreht, also, ich kann's auch mal, wenn ich dran denke, jetzt eben kurz einblenden, dass man so auch umgedreht würde, also, da stand auch schon Xarox, aber, geh heim, ne. Alles gut versteckt hier und, ähm, ja genau, die Fernads sind auch verschwunden, da kommt noch was ganz Neues. Ähm, das ist noch nicht fertig, das kommt dann in den nächsten Toragenen. Und ja, auch nochmal, wie gesagt, ähm, Xarmi jetzt, ne, nicht mehr Crispy Dofu-Kuh, das heißt mal Xarmi, ne, ganz, ganz krasses Wortspiel, ich freu mich schon drauf, wenn der Erste das hört. Und ja, auch nochmal zum Content, also, der Content von Minecraft her wird sich jetzt nicht so groß wenden, Minecraft wird da hinkommen, auch andere Spiele, ganz klar, ne, Gaming ist mein Lieben. Aber vielleicht auch ein bisschen mehr Streams jetzt, also, generell mehr Streams als Videos, zumindest im Gaming-Bereich, dann möchte ich noch ein paar neue Video-Formate ausprobieren, so Themen-Videos, vielleicht nochmal Vlogs, mal gucken, was so dabei ist, ne. Und dann möchte ich auch nochmal den lieben Real Pain und ein bisschen Grüße bestellen, weil ich muss sagen, der hatte einen sehr guten Riecher, weil der hat schon, ich glaube, eine halbe Stunde nach dem Video online gekommen ist, dieses Endvideo, mit dem alle Bilder und alle Videos alles verschwunden ist, hat er schon geschrieben, ähm, vielleicht ist es so ein Special, also, Real Pain, du hast eine gute Nase hier, ich finde, ich finde es gut, finde ich gut, ja, ja. Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht, du hast den schnellsten Riecher gehabt, alle anderen sind nicht drauf gekommen, du schon, oder hat noch jemand drauf gekommen, ähm, nein, tatsächlich nicht, das Einzige, der wirklich drauf gekommen ist, direkt, dass es sich um eine Special Art handeln könnte, oder halt schon was anderes, unbedeutendes, was aber ausgeschlachtet werden muss, was die Vermarktbarkeit, nein, was, also, ich wollte einfach aus der kleinsten Möchensache den größten Möchensaufdruck rausholen, ne, kennt man ja, ne, aus der Fliege einen Elefanten machen, ist ganz einfach, und, ja, ich will sagen, das war's dann für heute, vielleicht kommt erst mal noch ein anderes Video, ich glaube, es könnte sich um Fortnite handeln, mit ein paar Kills gemacht, ne, ein paar lustige, und, ja, dann möchte ich sagen, das war's dann auch von heute schon wieder von mir erstmal, ähm, seid mir nicht böse, Leute, aber ich, ich wollte einfach mal so ein bisschen, so Geheimhaltung, so ein bisschen, ne, so ein bisschen hier, so ein bisschen da testen, ne, aber keine Sorge, die Videos kommen auch alle wieder online in den nächsten Minuten, dürft ihr die Videos dann hinbekommen haben, aber, auf jeden Fall, das war's, ist er von mir, und, ja, wir sehen uns an dem nächsten Video wieder, bis dahin, haut rein, ciao!